Hallo zusammen da bin ich mal wieder und heute ist wieder der mighty quest fail des tages dran ja und ich klicke auch einfach mal direkt hier drauf diesmal ist es nur wizard können wir sehen wir verkackt gleich und da ist er da läuft er los jetzt bin ich aber gespannt der will 13 wizard was er so kann was hat denn hier vortex rift 256 physical damage heftig so electric charge conflagration so ja es hat funktioniert awesome klatsch schade aber ist noch nicht in die in meine nächste falle mit reingefallen ja und das war schon sein fail heftig die also gegen meine falle ist er hart abgestunken aber wisst ihr was ich mal zeige euch noch eine ja hier pass auf soll double fail des tages ein krieger ein krieger du musst jetzt dran glauben kollege ja guck mal da haut er mit seinem das ist so ein fleischhammer den hammer den er hat ne guck mal da nur mal wie easy also ich habe mir jetzt auch einen krieger erstellt welche euch auch noch was zeigen zu aber der krieger ist sowas von mega immer finde ich gegenüber dem dem bogenschützen und dem magier also da voll voll hart angenervt ist aber wieso hat gerade der zauberer den nicht getriggert ja das hat ihm aber schon die hälfte seines lebens gekostet und er hat keine heiltränke dabei sehr gut so jetzt pullt er ihn nochmal zack und jetzt stirbt er gleich da ach ja das war dann auch meine mighty quest fails für heute und ich hoffe euch haben die beiden fails gefallen und ich sag einfach mal bis die tage tschüss das war dann so ein kipps doch mal bis die tschüss ja ich auch mal 빠ht euch vielleicht auch mal bis die tschüss